Wann kommen die Star Trek Figuren? Was ist mit den Burg Blaustein Erweiterungen? Kommen die wieder? Stargate kommt. Robocop, kann ich noch was erzählen? Das ist ein Planetarium, habe ich gehört. Die Peanuts. Also wir haben zwei Lizenzen gerade wirklich in Diskussion. Und es kommt ja noch was, noch so eine Lizenz. Was kommt noch so rein? Was kommt jetzt? Marco, ich bin ja wirklich gespannt. Stargate kommt. Ich würde sagen, Stargate kommt im März. Stargate kommt vielleicht sogar schon in der ersten März-Hälfte. Stargate kommt mit Macht. Also bald wird es hier Schwummen machen. Und dann kommt ja alles Mögliche auf den Tisch und in den Online-Shop und in die Stores. Ich weiß, da sind viele von euch sehr gespannt drauf. Ich auch. Die sind jetzt kommen. Die sind bald da. Und es kommt ja noch was. Noch so eine Lizenz. Was kommt noch so rein? Ich weiß nicht, ob ihr es im Shop schon entdeckt habt. Gebt mal bei uns im Online-Shop das Stichwort Snoopy ein. Da könntet ihr ein bisschen was sehen. Und das könnte in dem März hier sein. Also nach jetzigem Stand. Diamond-Block-Sets, Sets aus normalen Steinen. Ja, die Peanuts. Großes Thema. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Einer der bekanntesten Marken weltweit. Auf dem Comic-Markt definitiv. Und wir werden bald eine Menge Sets davon haben. Robocop kann ich noch was erzählen. Ihr habt ja schon diesen großen Robocop, den großen Edge 209, den ich unbedingt brauche und so gesehen. Nein, diese nächsten, diese großen Robocop-Sets, die sind jetzt approved vom Lizenzgeber. Das hat ein bisschen gedauert. Sind jetzt durch? Die sind jetzt durch. Sehr gut. Die werdet ihr im Shop auch bald angekündigt sehen, wenn wir die Verpackungsbilder haben. Und die werden jetzt produziert und die kommen deswegen halt nicht nächste Woche, übernächste auch nicht. Aber ich würde sagen, vor dem Sommer hoffentlich noch. Ja, es gibt da so ein Planetarium, habe ich gehört. Das ist auch sehr bald da. Planetarium, das Astronomen, irgend so ein kleines Set. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Das könntet ihr dann auch bald bei uns bestellen, wenn ihr schnell seid. Also es kommt schon eine Menge, aber man weiß ja nie, vielleicht interessiert es eine oder zwei von euch. Also lieber nochmal den Verfügbarkeitsbutton benutzen und die E-Mail-Adresse hinterlegen. Das schadet definitiv nie. Ist auf jeden Fall ein interessantes Set, das bald eintrifft. Vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen oder die eine oder die andere von euch. Was ist mit den Burg-Blaustein-Erweiterungen? Kommen die wieder? Ja, auch in den nächsten Tagen. Tatsächlich. Ja, das ist noch, da kommt auch was an. So ein oder zwei oder drei von den Erweiterungen. Die sind jetzt alle wieder auf dem Weg. Ja, die sind nicht nur auf dem Weg, die sind fast da. Also die kommen in den nächsten Wochen, soweit ich weiß. Dann die Frage, wann kommen die Star Trek-Figuren? Star Trek-Figuren? Ja. Also ein Datum können wir noch nicht nennen. Ich weiß, dass das schon Figuren eingereicht sind und approved wurden vom Lizenzgeber. Also das Thema läuft. Und dann geht es in die Produktion und wir gucken sie dann auch wirklich auf jeden Fall, auf jeden Fall im ersten Halbjahr hier haben. Ja. Aber mehr können wir noch nicht sagen. Aber wir geben euch Bescheid, sobald wir näher Bescheid wissen. Thema Lizenzen. Thema Lizenzen, ja. Sind da noch Lizenzen in Arbeit? Also wir haben zwei Lizenzen gerade wirklich in Diskussion. Es kommen zwei. Und ich kann nur bisher so sein und ihr hört es ja aus den Vertragsverhandlungen. Gerade wer Fußball begeistert ist, kommt ja immer, während laufenden Verhandlungen kommentieren wir nicht. Aber so viel kann ich schon mal geben, sagen, das eine wird ein künstlerisches Thema sein und das andere wird ein Thema sein, nach dem schon sehr viele von euch gefragt haben. Okay. Klingt spannend. Abo. Ich bekomme gezeigt, dass wir doch... Abo ist ein gutes Wort, ist ein gutes Thema. Falls ihr noch keine Abonnenten unseres Kanals seid, ist das sehr schade, aber das lässt sich ja leicht ändern. Also ihr wisst ja, also von euch aus unten rechts, von mir aus unten rechts, gibt es da so eine Glocke. Also. Also.